Hey Leute, das ist ganz höherem Willkommen bei WTN Germany. Jetzt ist es offiziell. Immer wieder kamen in den vergangenen Wochen Gerüchte über ein Liebesaus bei Stefan Mross, 46, und seiner Frau Anna, Carina Wojciak, 30, auf. Doch diese dementierten die beiden Schlagersänger stets und beteuerten ihre Liebe füreinander. Doch vor wenigen Tagen heizte der Musiker die Spekulationen wieder an, er verkaufte das gemeinsame Wohnmobil. Nun gaben Stefan und Anna Carina im Netz ihre Trennung bekannt. Nach den unzähligen Spekulationen der letzten Zeit möchten wir euch hiermit gerne unsere Wahrheit mitteilen. Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele, verkündete das Ehepaar auf Instagram. Die Trennung sei ihnen beiden sehr schwerge. Hey Leute, das ist Ganjsham. Willkommen bei WTN Germany. Wenn ihr mehr Informationen über die Europäische und die deutsche WTN News möchtet, dann schreibt uns auf die Kanal und schreibt uns auf die Beile und schreibt uns auf die Videobeschreibung. Vielen Dank für die Videobeschreibung. Vielen Dank für die Videobeschreibung.